Hey Freunde und willkommen zurück zu Dark Case. Die Musik geht grad voll ab. Oh, ich hab ja neue Kopfhörer. Moment, die muss ich ja hier irgendwo regulieren. Gott, so viele Knöpfe. Moment, Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Hier ist es nicht. Ich glaube hier. Machen wir mal ein bisschen leiser. Gut, ich packe das mal hier oben hin. Hier, da sind die Steel Serious noch irgendetwas. V2. Ich werde dazu noch ein Unpacking machen. Die sind echt verdammt gut, diese Kopfhörer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier hab ich gespeichert, ne? Ja, genau. Und dann hab ich doch irgendetwas gefaselt von... Da läuft Blut aus einem Loch. Hat jemand Tampons? Soll ich da ran drehen? Heißt das, ich soll dran drehen? Auch schade. Ich dachte, das hört nicht auf. Also es geht jetzt wieder weiter. Wie von Geisterhand dreht es sich dann automatisch wieder zurück. Ja, und eine Person hat sogar geschrieben, hey, Darm hoch, favorisieren, teilen, neigen. Also, Spaß. Damit ich es weiterspiele. Aber keine Sorge, ich werde es bis zum Ende spielen. Bis zum bitteren Ende, auch wenn es keiner mehr guckt. Aber ich freu mich natürlich, wenn jemand guckt. Die Custom Story wird noch extrem heftig, hat er gesagt. Nimmt alles auf. Ich hoffe, es nimmt alles auf. Ja, gut. Die Kopfhörer drücken auch ziemlich... Und, äh, dieses... Sorgt dafür, dass ich mich nicht höre. Das ist ein bisschen doof. Aber dafür haben sie so einen Bass. Und... Die Custom Story ist auch ganz gut. So, erstmal hier alles durchsuchen, oder was? Und wieder irgendeinen Schlüssel finden. Aha! Leiter! Okay, wir haben eine Leiter. Das ist aber eine komische Leiter. Weit hoch kommen wir damit nicht. Ich weiß, es heißt Feuerzeug, Mr. Klugscheißer. Yes! Lightbar. Ja! Yes, sir! Hey! Oh! Gott, geht die Scheiße auf, ey! Kann ich hiervon was nehmen? Nein, anscheinend nicht. Aber es ist auch okay. So, einmal hier. Ja, was ist das denn? Ich will es nicht haben. Aber die Musik macht es so spannend. Und so dramatisch. Schlüssel haben wir nicht. Wir haben eine Leiter. Und... Ah, wir brauchen Benzin. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Benzin. Damit können wir dann das Feuerzeug füllen. Und dann das Monster verbrennen, das genau jetzt auftaucht. Aber eine Notiz. Okay, gut. Ups. Nein. Nein, immer noch nicht. Das. Seems like my only way out is through the Seaverse system. But I can't swim with all my heavy equipments. Find a way to lower... Heavy equipments. Okay, schauen wir einmal nach. Wir hatten hier einmal eine Axt. Ein Lärmbeziehung kann es da... Okay, gut. Ist doch etwas schwerer. Meine Güte. Aber wir haben hier noch einen anderen Weg raus. Hier ist eine Tür. Und wer ist dafür, dass wir hier jetzt einem Monster begegnen? Der Hebe die Hand. Dun, 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 dun. Nein. Nein, kein Monster begegnen, Hand. Kein Monster begegnen. Wir begegnen hier einem Rätsel. Mhm. The Wolf is stuck. Something must be wrung in the Control Room. The Control Room is doch das hier. Und? Arbeitest du jetzt? Scheiße. Hm. Beprüfen wir mal vielleicht. Ah, okay, so. Ah, okay. Das ist falsch, glaube ich. Muss das jetzt ganz raus oder ganz... Ich glaube ganz rein, oder? Ja, er muss. Ja, er muss. Also, zack. Machen wir mal runter. Den auch. Den auch. Den nicht. Yes. Das Rösel haben... Das Rötsel. Ich wollte gelöst sagen. Aber dann dachte ich, hey, du musst erst mal sagen, das Rätsel haben wir gelöst. Und daraus wurde dann geröst. Das Rätsel haben wir gefillepröselt. So. Und jetzt steigen wir ab. In die Kanalisation. Und das sieht sehr komisch aus. Sehr bläulich. Aber gut. Und das passt zur aktuellen Stimmlage. Stimmlage? Ich meinte Stimmungslage. Da geht es anscheinend hoch. Der Hospital ist nah, so dass es die richtige Seite sein wird. Aber die Leiter ist broken. Just my goddamn luck. Ja, wir haben doch einen Leiter. Wir haben doch eine Leiter. Und damit können wir doch eigentlich hoch. Oh Gott. Finde ich hier witzig. Moment mal. Ich wollte gerade sagen. Wassermonster und sowas. Die Custom Story ist zu lange zu ruhig. Das Problem ist dann, dass ich dann solche Monster sehe und mich dann extrem erschrecke. Ne, Kumpel? Ach, das ist ein Monster. Ja, fast hätte ich mich extrem erschrocken. Für meine Leiter. Yes! Ich werde es rausbacken. Hundertprozentig. Dann ist das Spiel im Arsch. Oh Gott, das Ding ist auch hier, ne? Oh, ich muss das bestimmt schnell ranmachen und dann aufpauen. Was ist jetzt los? Willst du Stress oder kein Stress? Oh! Tja! Komm, 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 komm! Oh! Ich dachte schon, das kann klettern. Oh mein Gott! Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es echt ist. So! Erlocked Bonus Chest. Aha! Und wie kriegen wir die auf? Mit der Karte? Scheiße! Scheiße, wir kriegen die auf. Ich habe einen Bonus Chest gefunden. Hey! Alles klar. Oh Mann. Das Ding war echt aber ein bisschen langsam. Aber gut. Warum beschwere ich mich überhaupt? So. Dann sind wir jetzt wo? Ich habe keine Ahnung. Wo befinden wir uns? Bitte mach hin jetzt. Da geht doch. Ach, wir sind hier. Ach ja. Da, wo der Tote... Ach, wir sind drum rum gegangen. Genau, jetzt. Ich habe mich wieder gefunden. Ich weiß, wo wir sind. Das heißt, der Typ müsste jetzt eigentlich irgendwo hier versteckt sein, mit dem wir gesprochen haben, der unsere Hilfe braucht. Ist da was drin? Yes! Glühbirne all over my face. Hier ist nichts. Oh, hör auf, hör auf. Kein Buggy-Buggy. Wahrscheinlich den ganzen Weg nochmal neu gehen. Ich würde mich aus dem Spielwagen speichern. Yes! Und das ist, glaube ich, gut. So, gut. Und dann, äh... Wollen wir den Typen jetzt da raus? Wahrscheinlich passt die Karte nicht, hä? Access denied. Ja, wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich liegt die Karte bei dem Typen da hinten. Oh, oh, oh. Hat er was an sich? Huh. Ah! Genau. Zack. Nein. Ah, still in work. Okay, gut. Dann heißt, das wohl jetzt, dass wir das Ganze abfackeln müssen. Aber was? Scheiße, ich bin gleich tot. Die machen wir hier. Zack. Hm. Filled mit Oil. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Bevor wir irgendwelche voreilige Schlüsse ziehen, habe ich die Vermutung, dass ich Call of Duty gerade zum Hochladen reingepackt habe und es nicht beschriftet habe. Ja, scheiße. Ähm. Ach, Moment, vielleicht hier an dem Ding drehen? Genau, damit können wir das Gas abstellen. Äh, komm schon. Yes, oh mein Gott, es läuft so gut. Okay, that man is dead for sure, okay. Aber jetzt können wir uns hier durchfackeln. Ja, hier. Yes, es läuft richtig gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. And no, I wait. So, hat jemand Marshmallows mit? Nein. Hat jemand eine leere Windel dabei? Wahrscheinlich kommt da gleich so ein Monster rausgerast oder sowas. Oder der Typ ist schon längst tot. Und die Würmer in seinem Hirn haben ihn getötet. Ein Telefon wie zum Beispiel Telefon. Telefon, ja. Ein Telefon wie zum Beispiel Telefon, was? Schlaubert der. Hört ihm nicht zu. So, weg damit, weg damit, weg damit. Da ist gar nichts hinter. Aber hier ist eine Karte. Ah, sehr schön. Ja, jetzt würde ich gerne auch einen Schlüssel finden, womit ich die geheime Tür öffnen kann. Wo kann ich die geheime Tür öffnen? Sag mal. Ach, gar nicht, nicht. Scheibenkleister. Der Typ ist... Erstmal öffnen wir die Tür. Erstmal öffnen wir die Tür. Achso, wir kommen genau... Ich wollte ihn sehen. Ach, Mann. So. This is so messed up. Everything is so messed up. Aber echt gut gemacht eigentlich. Diary page added in your journal. Gut. Jetzt müssen wir nur ordentlich was erleben hier. What the? Was, was? Oh! Oh! Du, dich kenn ich! Du bist im falschen Spiel. Gut, wenn man Teleportationskräfte hat, dann landet man schon aus Versehen in einem falschen Spiel. Komm schon, verurteilt sie nicht. Verurteilt sie nicht. Die arme Alma. An underground facility. What kind of place is this well? I better fight the laboratory's eyegress. Zack, speichern. Erstmal, wie lange nehmen wir auf? Circa 12 Minuten. Unlocked bonus chest. Ach, Mann. Da können wir rein. Okay, gut. Ich mag die Türen jetzt schon nicht mehr. Ständig da rein und raus zu gehen. Ah! Ich glaube, meine Katze hat mir meinen Finger aufgeschnitten. Da ist Blut. Gut. So sieht mein Finger auch aus. Oh! Oh, das ist ja wie Resident Evil. Ist das sogar Resident Evil Musik? Doch, oder? Oh, die sind bestimmt im Verhörzimmer gegenüber. Das ist krass. Die Atmosphäre ist geil. Wenn ich das mal so freilich sorgen darf. Ohne wirklich geguckt zu haben, wie das ist. Ah, kam schon Bonus-Schlüssel, Bonus-Schlüssel, Bonus-Schlüssel irgendwo. Bonus-Schlüssel. Ah, ich hab den Scheiß umsonst aufgemacht. Und wahrscheinlich gibt es im Raum gegenüber genau das gleiche nochmal. Aber ich würde gerne die Monster sehen. Ja, nein. Nochmal mach ich's nicht. Das muss schon irgendwie offensichtlicher sein. Ich glaub nicht, dass der Entwickler der Custom-Story hier das verlangt hat. Und yes, diesen oh, oder der eine nur. Oh, krass. Da ist ein Schlüssel. Oh, nein. Wahrscheinlich haben wir die Würmer auch im Kopf. Deswegen haben wir auch Halluzination. Verstehst du? Kann ich hier was machen? Nein. Drecksding. Passiert nichts. Okay. Nur Blut, nur Blut. Hab's kurz vergessen. Oh, das ist okay. Okay. Patient ist noch nicht responding zu einem Medikall-Treatment und der Kondition ist getting worse. Her skin ist pale, her eyes glowing green which is pretty odd since no one of the tests are supposed to change her eye colors and her pulse is dangerously low. I told Agnes we shall wait a few days with the further test or Julie ain't gonna make it. Her answer was I suppose that I suspected that no actions will be taken. Keine Ahnung was die BAKAKU KUTI KAKAKA Sorry, das war kurz eine andere Sprache. Das passiert öfter mal, wenn ich map over this area I think but it's covered in blood. Ja, tolli, toll, toll. Wir brauchen Wasser oder sowas. Können wir es nicht sauber spucken? Na, schauen wir erst mal ob wir in den Raum kommen, wo das Monster ist verschlossen. Das Ding müsste aber hier drin sein, ne? Nein, ist es nicht. Vielleicht mal verschließen? Passiert dann vielleicht was Lustiges? Wäre lustig, wenn man von dieser Seite aus den Raum nicht sehen könnte. Hm? Das wäre doch lustig. Oh, ich dachte schon, die ist verstoßen. Da drin ist das Ding eigentlich. Gut. Aber da können wir noch nicht hin. Oh, der wurde rausgezogen aus seiner Zelle. In seiner schönen, weichen Zelle. Immer noch nichts. Keine kleinen Mädchen mit grünen Augen. Okay. Da steht wahrscheinlich so was drin wie hey, ich kann problemlos drüber laufen. See if there's a way around the electric field. Okay, dann halt nicht. Ja, drauf springen vielleicht, aber ich versuch. Nein, 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 ich glaube nicht. Doch. Nein, eindeutig nicht. I hope for my safety that he won't come back. Ach, der Typ da, genau, genau. Ach, scheiße, wo gab es mich? Hier waren wir noch nicht drin, ne? in Kontrollroom. What the fuck is the Kontrollroom, huh? Okay, versuchen wir es mal. Einfach mal, damit wir es versucht haben. Einfach, damit wir nicht umsonst stundenlang rumlatschen. Okay, siehst du? Probieren, geht über studieren. Find a better way to get in. Okay. Wenn du sagst, dann halt nicht. Ja, dann müssen wir ganz raus, oder? Ist das die Kontrollroom? Nein, das ist nicht der Kontrollroom. Gehst du noch weiter? Ja, Ach, hier. Doch, 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 hier war ich drin. Genau, alles klar. Ja, dann raus hier. Und dann mache ich gleich erstmal einen kleinen Schnitt, Freunde. Und wir sehen uns im nächsten Bad wieder von Dingen, Hauskirchen. Von Amnesia. Genau. So, heute kommt auch noch der Quickie online. Um 20 Uhr. Letzte Woche hatte ich keine Zeit. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt, weil jetzt ist es gerade 17.29 Uhr. Ich habe jetzt drei Stunden, ne, nicht mal zweieinhalb Stunden Zeit, ein Spiel zu finden, es aufzunehmen. Wer bist denn du? asta Also, ich bin, waren, Vielen Dank.